Junge, wie schnell geht ein Hunger wieder weg, wenn du Dings hast hier, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Wie schnell geht was weg? Komm, Creeper, explodier. Wenn du eine Ofenkartoffel gefressen hast, wie schnell kommt der Hunger wieder? Ja. Voll krass, Alter. Ey, weißt du, jetzt explodiert der Creeper nicht, wo alle Zombies und alles neben mir steht, ne? Da bleibt er dann einfach da stehen, ey. Joach, Zombie mit Eisenschwert. Boah, wie viele Zombies, ey. Warte mal, Jana, Kiste auf dich, ne? Ja, ja, mach du mal. Wie viele Zombies, Alter. Kann sein aber, dass ich draufgehe. Weiß ich nicht genau. Ich versuche, zu dir zu kommen. Ja. Gesichert. Jawohl, geschafft. Ja. Ja. Ihr hässeligen alle, Alter, ich schwöre. Was denn? Tritt mal F5. Ja, junger Alter, ich hab gekämpft. Kämpfer hier, ja? hast du was zu essen bei nur ich hatte nur die karte scheiße dann müssen wir zurückgehen hat ja nimm mal alles aus der kiste dann bringen wir das jetzt zurück hast du meine rüstung noch also meine sachen ja deine rüstung habe ich gerade an hier ich werde spitzacke pferdermaus so komm hast du gehört ja alles einfach pferd suchen ich wollte so gern diamanten finden ja ich auch aber unter dem minecraft bedingungen geht das nicht mehr wo aber echt ist echt krass geworden das ist nicht irgendwie modden weg modden als das bisschen zu krass finde ich ja finde ich auch aber die die schwierigkeitsstufe ist auf normal ganz normal ja ob man das nicht irgendwie modden kann so dass das halt das nicht mehr so ist ich bin auf einfach stellen aber dann kommen gar keine monster mehr wenn man diamanten finden will das macht kommt ja manchmal auch er macht manchmal die monster komplett aus müsste ich auch peaceful stellen dann sind die weg alter welcher homo macht ihr sowas daher kommen die ganzen zombies die letztens waren was für ein gefühl das ist wenn man endlich wieder hier draußen ist so jetzt erstmal zum lager wo euch hat nur noch zwei hunger dinge haben wir im lager noch was zu essen ich glaube nicht nein glaube ich auch nicht erntemaschine können wieder machen eigentlich ja ich glaube schon müssen wir gleich mal gucken rohstoffe sauber ein 64er stack kohle ein 17er stack kohle 4 64er stacks redstone alter eisenerz brennen gerade essen äh sauber boah 56 ofen kartoffeln jetzt noch 26 ja ja ich habe ja auch halbiert so cleanstone habe ich gemacht pflaster stein da erde hier oben das kommt da feuer stein boah mob drop ey ich habe 23 verrottetes fleisch 5 knochen wir haben wieder nicht das glück dass die dass die hier so verzauberte bogen und so droppen ey das wäre hammer dick kennst du doch den verzauberten bogen wo du äh den du triffst der brennt dann ey der ist so hammergeil alter ja genau wie mein schwert er guckt dir das schild an Junge du stehst so vorm Schild achte mal Junge ziehst du rein so stehst du davor so so achja wir können hier auch kohle rausnehmen haben wir jetzt wieder ne 17 kohle da mache ich jetzt mal gold eben gold brennt auch gold brennt auch zack schilder packe ich da hin Junge wir haben 59 goldbarren ich ordne mal hier so ein bisschen was machst du denn was machst du denn moonwalk alter blau denn 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 so 15 Eisenbarren pack ich schon mal wieder hier rein. Wir haben 18 Eisenbarren jetzt. Ich warte mal. Das ist ja zu, ey. Ja. 164er Stack Gold haben wir. Voll übertrieben, ey. Sollen wir los? Pferde suchen? Wow, schneit. Warte, ich guck mal kurz im Internet, wie man sich Lasso's craftet. Bestimmt aus Spinnenweben. So ganz viele, so. Das ist der Scheiße. Ey, aber Spinnen sind viel weniger geworden, ne? Wann damals viel mehr. Ja. Ja, Lasso. Aus, ähm, vier Spinnenweben und ein Slimeball. Ja, Slimeball haben wir irgendwie 564er Stacks. Ja, haben wir auch Spinnenweben? Warte, ich glaub schon, ja. Äh, ja, 21 Stück. Ja, reicht. Sauber. Geh mal her. Bitte, hier. So. Passt Slimeballs. Zweite. Zweite. Wie viel Lasso's soll ich machen? Äh, weiß ich nicht. Mach einfach mal vier Stück, weil, äh, eins ergibt zwei. Also, wenn du, ja, wenn du ein Spinnenweben, das sind eigentlich mehrere Spinnenweben, aber wenn du dann diese Konstruktion machst, kommen zwei raus. Deswegen hab ich jetzt einfach zwei gemacht. Ja, ja. Hier. Da liegt dein Lasso. Vor der Kiste. Und? Da hinten. Da hinten. Da hinten. Hier. Ja. Ah, Barry. Ah, Barry. Achte, guck mich mal an. Mit dem Helm sieht er wirklich aus wie so ein Penner, ey. Jo. So. Ähm. Oh, Lederharnisch. Äh, den kann ich ja wieder anziehen. Junge. Was kann man noch alles mit dem Lasso einfangen? Äh, Schweine, Rinder, Pferde. Pferde sind voll selten, ne? Ja. Es rechnet draußen. Und schneit. Schmeißt man das dann irgendwie so? Warte mal. Wo war der Zombie? Hab ich ja auch gehört. Ey, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nein, ich will da nicht runtergeboxt werden. Nein, ich wollte dich mit dem Lasso einfangen. Geht das? Weiß ich nicht. Deswegen soll es ja irgendwo stehen bleiben. Ne, geht nicht. Wir könnten auch mal hier eine Monsterfalle reinbauen. Aber eine Kuh geht, achte. Hier, ich hab die Kuh jetzt an den Pfosten gebunden, siehste. Ich zieh die Kuh gerade. Komm, hier, Junge. Ey, jetzt hab ich nur noch eins. Ja, weil, meins liegt auch da drin. Wie assi. Meins liegt da drin. Bring mal mit, bitte. Ja, ja. Oh, ah ja. Bam. 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 Kein Huhn gedroppt. So. Hier, deine Lasso. Auf Pferde suchen. Oder wir können ganz kurz gucken, ob die Erntemaschine startklar ist. Ähm, ja. Boah. Alter. Müssen wir dann nur kurz neu besähen. Brrrr. Boah. Wie viele Kartoffeln da rumfliegen, ey. Aber da kriegt man irgendwie voll schnell wieder Hunger von, ne? Ja. Voll krass, ey. Oh. Passt ja, Alter. Es regnet gerade wirklich. Boah, gut, dass wir jetzt hier so ein Glasdach drüber haben, ey. Ich trete mich gerade wirklich in, äh, Dings. In echt. Yo. Kartoffeln. Was hast du alles eingesammelt, Alter? Ich hab hier fast gar nichts mehr. Hab Minecraft irgendwie so Real-Wetter eingebaut, so. Hast du Kartoffeln auch eingesammelt? Ja. Über zwei 64er-Stacks. Wollte ich schon sagen, ey. Wie wenig haben die denn jetzt gedroppt? What the fuck? Boah. Das wollte ich auch gar nicht. Geh mal kurz die Kartoffeln rüber. Warte, ich komm sofort wieder, bin kurz AFK. Ich muss mal kurz was gucken. Ja. So. Zack, 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 zack. Und dann haben wir das hier auch fertig. So. Die ganze Kartoffelkiss eingepflanzt. Dann geh ich jetzt mal hoch ins Lager und pack die Kartoffeln in den Ofen und dann können wir uns auf Pferdesuche machen. Alter, ist meine Katze dumm. Warum? Es ist voll am Schütten draußen, ne? Was macht sie? Sie rindt raus ab in den Regen. Dumm. Und dann kommt sie wieder rein. Weil sie ja wahrscheinlich zu nass ist. Naja. Dumme Katzen gibt es immer. Wieder. Dumme Katzen gibt es immer wieder. Darum habe ich auch gerade gedacht. Aber naja. Zwei Mongos ein Gedanke. So. Sollen wir kurz ins Bett gehen und dann direkt los. Völlig. Welche Folge ist das, wo du diese Zensur reingemacht hast? 20. Ist man nicht open, ne? Ne. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo die Zuschauer das hier sehen jetzt gerade, dann schon, ja. Weil das ist ja jetzt bestimmt Folge 40, glaube ich. Ja, bestimmt. Oh, es regnet immer noch. Rechnet es hier durchgehend Tag und Nacht? Vielleicht haben wir so ein Tsunami, ey. Minecraft-Tsunami. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen drauf achten draußen, ne? Nicht, dass es so stark wieder regnet wie letztens. Nein! Wo jetzt eine Überflutung war. Was denn? Übertreib! Was ist hier los? Alter! Alles kaputt, Junge! Was soll das? Ey! Creeper explodiert, da steht so ein T-Skeleton, wurde vom Skelett abgeschossen. Alter! Alles kaputt! Ey, wir wollen uns jetzt eigentlich auf Pferdesuche machen. Boah, Junge, geht mir dieser Scheiß auf den Sack, ey, diese hässlichen Creeper. Ich schwör's dir, da bockst ich irgendwann so rein in diese hässlichen Viecher, Alter. Ich mach die so kaputt, Alter. Ich nehm die so auseinander, ey. Wenn ich jetzt einen Creeper sehe, ne? Boah, Alter, der ist so verloren, ey. Äh, wo bist du gerade? Kannst du gerade irgendwie Erde mitbringen? Und Fichtenholz? Und eine Tür?